Ja, es sah ja bis Ende September, sogar fast Ende Oktober schlecht aus. Die eigentlichen Tiefstände waren Ende Oktober, deswegen war das Happy End November, Dezember. Und ich habe schon überlegt, ob man zukünftig nicht nur noch im November, Dezember anlegt, wenn es jedes Jahr so wäre. Aber Spaß beiseite, das kam dann etwas Unerwartetes. Im Grunde genommen lag das an ein, zwei guten Inflationszahlen, die die Hoffnungen schürten, die dann auch von Jay Powell, dem US-Notenbankpräsidenten, noch mal unterstützt wurden, das im Jahre 2024 mit einem weiteren Inflationsrückgang, vor allen Dingen aber stark sinkenden Zinsen zu rechnen ist. Und das wirkt sich natürlich unmittelbar auf den Anleihenmarkt aus. Die Renditen fielen, sprich die Kurse stiegen, hat dann aber eben auch auf den Aktienmarkt übergegriffen, der davon profitierte und so kam es dann zu der Jahresendrallye im Monat November und Dezember.